Arbeiter Mobilmachung gegen die Sowjetunion Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre, nehmt die Gewehre zur Hand Zerschlag die faschistisch-träube Hebe, setzt alle Herzen in Brand Pflanzt eure roten Banner der Arbeit Auf jeden Acker, auf jede Fabrik Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltregung Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltregung Es rollen die Züge nachts in Nacht Maschinengewehre für Polen Für China deutsche Gewehre 08 Für Finnland Armeepistolen Schrapnel für die Tschechoslowakei Für Rumänien Gasgranaten Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre, nehmt die Gewehre zur Hand Zerschlag die faschistisch-träube Hebe, setzt alle Herzen in Brand Pflanzt eure roten Banner der Arbeit Auf jeden Acker, auf jede Fabrik Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltregung Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltregung Überblick Dann steigt aus den Trümmern aus den Trümmern aus den Trümmern aus den Trümmern der Untertitelung des ZDF, 2020 Und schreien für Nation und Rasse Was ist der Krieg der Herrscher der Welt Gegen die Arbeiterklasse Denn der Angriff gegen die Sowjetunion Ist der Stoß ins Herz der Revolution Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht Ist der Krieg gegen dich, Prophet Arbeiterbauern, nehmt die Gewehre Nehmt die Gewehre zur Hand Zerschlagt die faschistischen Räuberheere Setzt alle Herzen in Brand Pflanzt eure roten Banner der Arbeit Auf jeden Acker, auf jede Fabrik Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft Die sozialistische Weltrepublik Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft Die sozialistische Weltrepublik